Liebe Wanderfreunde, es freut uns wieder, dass ihr eingeschaltet habt. Sarah und ich sind heute unterwegs auf dem Becksbacher Rundwanderweg. Diese Rundtour hat etwa 38 Kilometer und wenn ihr wissen wollt, wie diese Wanderung so ist, dann kommt mit. Musik Eige Mäuer, heute gehen wir mit 38 Kilometer die längste Tour, die wir jemals uns vorgenommen haben. Guten Morgen Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Okay. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Vielen Dank.